so willkommen zum honigfeind simulator auch genannt honeypot aber aktuell finde ich nicht mal baumstümpfe geschweige denn honig in den ich meine der vorteil ist in unserer alten gegend da ist ja auch ein händler das heißt wir können sogar noch mal bei ihm selber gucken ob er nicht vielleicht honig hat jetzt ist ja jetzt ist ja schon der achte tag jetzt bin ich aber mal spannend ob jetzt unser unser ganzes noch da ist daran habe ich jetzt gar nicht gedacht verfluchte scheiße was das angeht waren wir sowieso zu spät weil selbst wenn wir nicht von den vögeln aufgehalten worden wären und mit dem fahrrad her gefahren wären wir wären ja gerade mal zwei stunden vor 0 uhr losgefahren wir wären also selbst dann erst nach 0 uhr angekommen einen netz hat er gerade geschwebt so hier in so industriegebieten gibt es doch sehr häufig baumstümpfe oder halt nicht so dann halt nicht tschüss bin nochmal weg ihr bitches haben wir ja der macht geräusche alter da ist ja da hast du von den geräuschen mehr angst als von den liebewesen an sich erledigt ist ja naja liebewesen bei zumbies da gibt es hier echt keinen jetzigen baumstupf kann gar nicht sein so man sieht das kannst du jetzt noch so wie wir es verlassen haben jetzt bin ich mal gespannt wie viel honig wir hier drin haben müssen ja berge von honig sein zweimal sag ich doch reicht also nicht aus wir müssen also entweder sehr schnell noch ein finden oder noch zwei finden weil die zwei rechnen bringt halt nix und dann haben wir wieder 3,5 prozent denn ich stelle es wieder in die höhe dann haben die beide also gar nichts gebracht von daher nutze ich die auch wirklich erst dann wenn wir eigentlich genug holen nicht haben genau so aber man sieht schon ich nehme nur noch das wichtigste mit hier und den rest lasse ich dann tatsächlich auch hier also da kenne ich halt gar nichts so jetzt mal hier also ich gehe also hier aus also hier 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 Tja, 54 Federn kann man schon mal machen. Ja, und jetzt ist eigentlich bloß noch so ein kleinerer Datsch. Ne, brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. Andererseits, Schatz, 54 Federn, nehmen wir lieber 54 Pfeile mit. Cool, wie der richtig Risse bekommen hat, jetzt, weil er inaktiv ist. Das ist ja geil. Cooles Detail. So, das nehmen wir alles. Achso, haben wir ja gar nicht, genau. Äh... Okay, da fange ich mal ein bisschen Stuff in mein Fahrrad rein, tatsächlich. Warum habe ich es da vorne gelassen? Äh... Warte, warte, ich komme... Ich bin nur etwas überlastet. Nur ein kleines bisschen. Halt, ich wollte doch... Äh... So. Bam. Ja. Und... Das war's. Vielleicht hast du langsam... Achso, siehst du, aber apropos skill. Wir haben schon ewig nicht mehr geskillt, sag mal. Ja, moin. Acht Punkte einfach mal. Ähm... Wir könnten das machen. Wir könnten doch mal hier ein paar Punkte reinsetzen. Ein paar Gäsel. Wie sieht's aus bei Parcours? Die wäre schon geil, aber da brauche ich halt doch Level 6, beziehungsweise Level 8. Das ist schon echt... Weiß ich nicht, ob es das wert ist. Ich meine, unsere Parcours Skills reichen jetzt eigentlich schon fast für alles aus. Also da denn lieber eher sowas wie hier vom Land leben oder was? Ja, eben, die drei hier. Das werden wir dann wahrscheinlich auch brauchen. Level 5. Das könnte halt genau reichen, ne? Und da wird sogar noch eins über. So. Das Ding wird nämlich später ganz, ganz wichtig. So, und hier können wir noch nichts machen. Da brauchen wir nämlich Level 7. So, was haben wir hier? Ich würde nämlich fast das hier machen, ne? So. Dann haben wir auch mal wieder ein bisschen geskillt. Achso, halt, ich würde dann auch Sachen mitnehmen. Und als nächstes können wir dann nämlich tatsächlich den Packesel machen. Da können wir auch schon ein paar Punkte drin versenken. Ja, alles andere hier ist echt unwichtig. Ich meine, das können wir noch mal mitnehmen. So, die Sachen. Weil Säure brauchen wir, glaube ich, auch für manche Sachen. Bin ich mir jetzt aber gerade echt nicht sicher. So, Schießpulver kann man auch mal mitnehmen. Dann würde ich sagen, hier dreimal das nächste Set. Und was gibt es hier noch am ehesten? Ja, den Zweierbum und das. Ne, wobei, das Ding brauchen wir definitiv nicht. Ein paar Dickteile können wir noch vielleicht gut gebrauchen irgendwann mal. Gut. Damit ist dieses Areal Geschichte. Wir öffnen die Pforten. Oh, das ist Support bei Takt auf den Türen und so. Und verpiffen uns. Schnauze. Ich gehe auch schon. Ja, wir brauchen noch Honig. Ich werde eigentlich lieber in die Richtung fahren. Und das liegt auch noch ein bisschen Wald. Alter. Voll die autofreundliche Straßengegend hier, Alter. Da immer mit 60 Sachen hochfahren. Alter, was ist das mit dem Auto? So, gibt es hier eigentlich irgendwo irgendwelche Baumstümpfe? Das kann doch nicht der Möglichkeit sein. Guck mal, das ist ja einer. Voll die geile Beat hier, Alter. So, was geht nie ab. Und kein Honig. Es hieß, ich wollte doch noch den, ähm, den, 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 den Dicksterbombster hier besuchen. Oh, guck mal, hier ist eine Tasche. Jetzt weiß ich noch gar nicht mehr, wo der hier überhaupt ist. Wow. Aber direkt noch ein Fireboom. Wo war der hier? Ach, da vorne, nee. Ist er das? Ich glaube ja. Doch, das ist er. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Doch, das ist doch geil. Jetzt ist er. Gut, da kann ich mich bei dem nochmal tatsächlich mal nachgucken, ob der vielleicht nicht rein zufällig ratonisch im Angebot hat. Boah, Alter, voll die Country-Mucke hier. Los. Spiel ich hier ATS oder was? Spiel ich hier ATS oder was? Da, 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 da. So. Lange nicht mehr gesehen, Arschloch. Inventar, hast du Honig, du Bitch. Honig, honig, honig. Was ist denn Essen? Essen, 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 Essen. Ey, wo ist denn Mampfi? Leute. ich krieg dir gleich mal ein hier wo ist essen ich schlag dich gleich hat der ja kein essen oder was ich glaube der huso sohn hat er kein essen ist auch kein honig dabei ja echt zeit live na gut dann war es das dann kann ich doch tatsächlich echt verdient dieser statt den rücken wenn die nicht mal honig hier bei sich haben was in der fack gegend hier oh ich bin nicht vorbei das gelbe ding ist mittlerweile sogar gelb äh dieses versäucht ding da ist mittlerweile sogar gelb das gelbe ding ist gelb wenn die ist klar die frage ist gibt es ja steigerung stufen also frei nach dem botbruch kein honig mehr wollte dann ist ihr vorbei so das wäre echt nicht so geil ich kann eigentlich mal jetzt mein neues haus hier dann bakkinen ich bin nicht mehr bei der Hoge nicht mehr bei der Hoge von ein baum stamm auch wenn ich kaum noch glaube dass wir das irgendwie schaffen heißt das was dieser gelbe punkt ist ja wieder da wo wir auch vorhin letztens waren ja das heißt wir können wir fallen hier auch vielleicht da wieder an dem baum vorbei allerdings ist dort jetzt direkt dorthin fahren natürlich problematisch mit den vollen taschen da können wir nichts machen aber gut andererseits werden jetzt schon weit mehr als sechs stück und wir haben kein einziges mal honig gefunden ich glaube die haben ja keine honig mehr so ausverkauft auch wenn ich echt kein plan habe aber warum was das denn für blaues zeug das ist blei alter das hat ja gerade ultra komisch reflektiert da hatte ich und da stand so eine blaue säcke da davon einer einfach so rum dass der mappchen ein bisschen gesponnen hat aber nö der glitzerteug glitzertegut und da ist es noch nicht so rum dass der glitzertegut ist noch nicht so rum dass der glitzertegut ist noch nicht so rum dass der glitzertegut kein einziger baumstumpf alter wie kann denn so was sein das ist doch betrug hmm Okay. Wie gibt es die Opel in die Hälte überhaupt nicht mehr? Was zum Fick? Na kurz, gibt es hier vielleicht einen Händler? Das war nur ein kleines Dorf, aber wer weiß, vielleicht haben wir auch einen. Weil ich mir langsam schon echt keine Sorgen machen brauche. Mittlerweile 16,8. Uns rennt gerade ein bisschen die Prozente davon. Und hier ist kein Händler. Zumindest gibt es kein Haus, was so aussieht wie ein Händler. Die sind ja immer extra super verstärkt so. Oh, gleich zwei Baumstern mit einander. Keine Honig. Sag mal. Letztens hatten wir so viel Glück, dass wir hier zehnmal hintereinander bei so Nestern Eier gefunden haben. Und hier ist jetzt nur das Gewinnteil davon. 20 Baumstämmer und kein einziges mal Honig. Das machen wir jetzt. Tja, dann werden wir wohl wahrscheinlich daran sterben. So, naja. Dann ist es halt so. Ist ja nicht so, dass es mich in irgendeiner Weise interessieren würde. Ja. Ach, ein bisschen. Hm. Sollte ich jetzt auch schon halten hier mittlerweile gar nicht mehr. Aber wenn es so weiter geht, brauchen wir gleich dreimal Honig. Und dreimal werden wir auf jeden Fall nicht finden. Wenn wir schon für einmal so lange brauchen, ist Wahrscheinlichkeit... Also, dass man zweimal Honig direkt hintereinander findet, kann schon sein. Aber ab dreimal wird es dann doch sehr unwahrscheinlich. Wir haben gelernt und wahrscheinlich ist nicht unmöglich. Aber dann ist es halt die Mühe von nicht mehr wert. Ja. Ah, kann man gleich los, äh, los, 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 los. Das heißt, die Baumform da hinten drückt es halt auch gar nichts. Ja. 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 Wie gesagt, da sind gerade mal sechs mal sechs Baumstämme. Und so selten, wie das wirklich vorkommt, das... Bis wir da sind, haben wir definitiv mehr als 20 Prozent. Und damit... Ah, einmal Honig haben wir. So. So. Äh. 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 Aufsteigen hier. Wohin jetzt eigentlich da. So. Wir brauchen uns bloß noch einmal Honig. Ja. 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 Ich weiß noch gar nicht, weil wenn man Honig trinkt, hat man da so ein komisches Symbol. Ob denn die Prozent der Tropfen weiter wachsen? Oder ist dann damit auch das Wachstum von dem Prozentwert erstmal getroffen? Ja. Das ist halt die große Frage. Ne, weil statt diesem Symbol, was da unten immer ist, ist denn da so ein Kopf mit so einem Symbol. Also scheint das schon irgendwie besonders zu sein. Besonders am Arsch. So. Gucken wir mal bei dem hier, ob der vielleicht ein zufälliges Honig hat. Wobei bei ihm hat man ja schon geguckt, soweit ich weiß. Wie sieht es eigentlich hier aus? Genau. Hier gibt es auch keinen Honig. Hallo, Stranger. Stranger? Ich dachte, wir sind Freunde. Kannst du jetzt mal einig werden? Einige verrühmarkte packen. Dann geh hol hol du Arsch. ich versuche hier noch ein bisschen durch die pampa zu geiradeln auf einmal geht die zahl wieder voll schnell hoch gerade eben dachte ich noch die ist fast noch mal liegen gekommen aber jetzt sind sie schon bei 18,3 die wahrscheinlichkeit dass wir es schaffen sie schwindet vor allem wenn ich wüsste dass einmal honig trinken die folge erst mal pausiert dann würde ich jetzt schon einmal honig trinken aber ich bin mir halt da nicht sicher und bevor wir dann der tonig verschwenden für den hoffnungslosen fall jetzt hier gelandet habe ich auf meiner farm gut wurden baum stumpf gut ich sage erst mal ein paar sachen ab jetzt kommt man kann man nicht so herstellen wäre auch zu witzig gewesen und 18,6 jetzt alles 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 wieder eine stelle vorbeikommen wo die 20.000 baumstümpfe waren rein weg bitch wobei wirklich schnell heilen tut sie dazu? nicht gerade oder? braucht ihr ewig zum heilen hei 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 irgendwie ist das bisschen schneller in Erinnerung hei hei honig aber hier ist wirklich so eine extra farm ne? die schweine haha ihr wollt mich doch alle verarschen warum könnte hier eigentlich immer die maus immer nicht so drauf die ist so klein die maus oh fuck na gut dann die gute alte methode ja hier ist echt überall honig drinne ihr wollt mich doch verarschen alter dann muss ich direkt mal fragen gibt es hier noch mehr? aber wir gehen jetzt auf unserem fahrrad zurück oh es ist doch schon 19 uhr fuck ich glaub wir sollten hier eigentlich zu der zeit schon wieder zu hause sein 20 uhr warum nur gehe ich hier rum? ich habe gar nicht auf die uhr geachtet ich hab' den jetzt hier oder fangen wir nicht für sicher selber auch nach hause? ah es hat noch baumstamm oh es sind doch mehrere baumstimmen oh hier ist kein honig drinne sad life egal wir haben wieder viermal honig digga oh und fünfmal honig yeah und sechsmal honig diggi läuft bei uns mit honig da haben wir jetzt erstmal wieder bisschen reserve aber wie gesagt normalerweise brauchen wir halt nur einmal honig bei uns ist es ja so eskaliert weil a sehr viele füge mit einmal waren beziehungsweise direkt zweimal honig gebraucht hätten na ja und dann hat keiner honig parat hatten weswegen das zeug gut arbeiten konnte gut ich würde sagen wir fahren nochmal nach hause äh dann mache ich heute feierabend nicht dass ich da nächste woche denn mitten in einem anderen gebiet mitten kurz vor 22 uhr rum hocke und dann nicht weiß wo vorne und wo hinten ist deswegen ich bin immer weg tschüss voll angearscht die küpen wie wir den halt ausgeprägt haben ha 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 Ui, unser Fahrrad ist ja mittlerweile auf 91 Minuten. Und andererseits, wenn man mal bedenkt, wieviel wir da mittlerweile gefahren sind. Jetzt hast du schon beachtet, dass das Fahrrad überhaupt noch existiert. Wobei ich mir auch so ein Fahrrad, also ich noch nie gesehen habe, weder im Let's Play von irgendjemand anderem, noch bei mir. Gut, ich habe jetzt auch nicht so viel gespielt. Und auf meiner anderen Welt bin ich eigentlich fast nur Motorrad gefahren. Und eben, da hat mein Fahrrad bisher auch fast nie Schaden für irgendetwas bekommen. Also selbst wenn ich Ufo gegenfahre oder sowas, hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt das ist, was Schaden verursacht hat. Sondern wirklich einfach nur die Laufleistung. Da siehst du, grad voll gegengedonnert. Und immer noch 91% Schaden. Yay! Bumm! Ich habe richtig Sturz gemacht, immer noch 91% Schaden. Deswegen, ich glaube mal, wirklich, das ist eher einfach die Strecke, die man fährt, dass das entscheidend ist. So. Wir sind in Sicherheit. Das hier muss ich auch noch fixen. Aber dafür haben wir noch Zeit. Ähm. Achso, siehst du, im Fahrrad ist auch noch stuff drin. Hallo? Hallo Fahrrad. Dankeschön. Ja, aber da können wir nichts erstmal anfangen, langsam unser Haus zu bauen, wenn ich dran denke. Äh. Wenn nicht, bin ich völlig verpeilt und mache irgendwelche Missionen stattdessen. Weil man es halt kennt, so ne. So, rein da, rein da. Ja, die Kisten müssen wir auch langsam anfangen zu sortieren. Das wird irgendwie auch gerade schon voll. So, ich packe mich direkt hier rein. Da werde ich nichts mehr auch dran denken. Vielleicht. Achso, siehst du, wie ist das eigentlich? Warte, 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 warte. Verband. Äh, Verbandskästen erhöht die Geheimdurchwindigkeit. Gegenstände wie Aloe-Creme, äh, gut, Aloe-Creme aber wäre massig. Wenn wir irgendwas so viel haben wie Aloe-Creme, dann weiß ich auch nicht. Verbandskästen sehe ich hier gerade gar keine, ne? Wir haben nur Rollen. Aber keine Kästen davon. Oh ja, wir haben auch ein paar Rollen. Ah ne, von uns Kästen haben wir ja keine, lol. Interessant. Die Frage ist, wenn ich jetzt Feierabend mache, bleibt denn der Status A halten, dass das Zeug gerade heilt? Oder, äh, ich meine gut, wir sind jetzt sowieso unter 15%, das heißt, es rechnet so oder so, drei weiter. Also, so wie es geplant war. Also jetzt, jetzt geht der Prozentwert richtig schnell runter. Okay, ich glaube mal, wenn man nix macht und einfach nur rumsteht. Gut, ah, okay, jetzt, gut. Dann würde ich sagen, nur zwei, das geht die Gelegenheit. Und, ja, das soll es dann an der Stelle mit dem Spiel gewesen sein. Also, für mich, für heute. Das heißt, es geht dann wahrscheinlich als nächstes denn erstmal mit Mindtest weiter. Ja, und dann mal gucken, ob ich dann wieder ATS aufnehme. Muss ich mal gucken, wie ich dann Lust drauf habe. Also, auf jeden Fall kommt der als nächstes wahrscheinlich dann erstmal wieder Mindtest. Oder direkt wieder Seven Days to Die. Erstmal gucken, wie gut die Folgen erstmal ankommen. Und dann, ähm, ja. So. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, das war doch mal interessant. Hat relativ schwach angefangen. Aber zum Ende hin hat es mir doch echt viel Spaß gemacht. Also am Anfang mit dieser ständigen Futtersuche, wobei wir da immer noch nicht über dem Berg sind, muss man dazu sagen. Aber wir haben jetzt mittlerweile zumindest, äh, soweit geskillt, dass wir jetzt anfangen können, selber Beete zu bauen. Ähm, ja. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich auch eine unserer nächsten Schritte sein. Mal gucken. Auf jeden Fall sind wir langsam dabei, die Skills aufzubauen und auch wirklich etwas machen zu können. Aber das Early Game von dem Spiel ist echt gnadenlos. Du musst wirklich erst ins Mid-Game kommen, weil erst ab dem Mid-Game fängt das Spiel wirklich an, ja, Spaß zu machen. In dem Sinne, dass es halt nicht die ganze Zeit nur husch husch ist, sondern dass du wirklich auch mal dich aufs Bauen konzentrieren kannst. Das ist schon heftig. Ja, egal. Lange wird die gar keinen Sinn. Ähm, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge, was auch immer das sein wird. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.